Vielleicht kommt es ja vor, dass man Einstellungen, die man in Lightroom macht, mehrmals anwendet, auf verschiedene Bilder anwenden will. Und ja, da wäre es doch cool, wenn wir eine Vorgabe hätten, ein Preset. Und genau das können wir in Lightroom machen. Heute geht es mal um die Vorgaben in Lightroom. Ja, ich habe hier den Kaiser Friedrich Wilhelm III. oder sowas. Köln, Heumarkt, liebe Kölner, schreibt mir hier unter das Video, wenn es der falsche Kaiser war. Also ein Reiterdenkmal, was auf dem Heumarkt in Köln steht. Und da habe ich ein paar Bilder von in verschiedenen Ausführungen. Mal näher dran, mal weiter weg. Und vielleicht ist es ja sinnvoll, wenn ich mehrere dieser Bilder zeigen möchte, diese mit einer gleichen Entwicklungseinstellung zu präsentieren. Und vielleicht möchte ich ja, wenn ich dieses Bild hier entwickelt habe, die gleichen Einstellungen auch auf ganz andere Bilder anwenden. Auch später noch. Wir können ja hier unser Bild entwickeln und können die Einstellung kopieren, auf andere Bilder einfügen. Überhaupt kein Problem. Aber vielleicht gibt es ja eine Vorgabe, die uns gut gefällt. Eine Entwicklungseinstellung, die wir dann auch nach Monaten noch auf andere Bilder anwenden wollen. Ja, und da gibt es Presets, Vorgaben in Lightroom. Und die finden wir hier auf der linken Seite im Ordner Vorgaben. Da sind jetzt schon einige Vorgaben. Hier gibt es zwei Ordner Kamera, Profile und Weißabgleich. Die habe ich selber angelegt. Aber auch Lightroom bietet euch bereits einige Presets, einige Vorgaben, die ihr auf eure Bilder anwenden könnt. Aber bevor wir darauf eingehen, machen wir doch unsere erste Vorgabe einfach mal selbst. All diese Bilder, die ihr hier in diesem Filmstreifen seht, alle geschossen in Köln, die sind absolut unentwickelt. Also, ich kann hier auf Zurücksetzen gehen, da tut sich nichts. Hier ist noch nichts entwickelt worden. Und vielleicht wollen wir ja irgendwie einen coolen Look für diesen Gaul hier machen. Und diesen Look möchten wir später auch noch auf andere Bilder anwenden. Und ja, das machen wir jetzt mal. Ich gehe mal in die Grundeinstellungen. Schauen wir mal, was wir da so machen können. Die Lichter, ja, da tut sich in dem Fall nicht viel. Vielleicht die Tiefen ein bisschen aufziehen. Nicht allzu viel. Ich denke mal, dass wir mit der Belichtung hier eine halbe Blende ungefähr runter können. Weiß rauf, schwarz runter. Oder ruhig bis in den Bereich, wo es anfängt zu klippen. Das bringt uns ordentlich Kontrast. Ja, so sieht es schon ganz gut aus. Mit der Klarheit, da können wir bei solchen Bildern gerne mal so 20% hoch. Von mir aus auch 22. Schauen wir mal, was die Dynamik macht. Ja, die bringt uns ein bisschen Farbe noch in den Himmel. Lassen wir die mal bei plus 30. Was können wir noch machen? Ja, wir müssen darauf achten, dass unsere Objektivkorrektur eingeschaltet ist. Ist sie nicht. Oh, er findet keine. Das liegt daran, dass ich ein Sigma Objektiv auf meiner Sony Alpha 7 über einen Adapter hatte. Da findet Lightroom nicht automatisch das Objektiv. Aber kein Problem. Schauen wir mal, was habe ich eben gesagt? Sigma. Ich hoffe, ich habe Sigma gesagt. Genau, es ist ein Sigma Objektiv. Und ja, da müssen wir uns nur noch das Passende in der Liste suchen. Und ja, so sieht das schon ganz gut aus. Chromatische Operationen entfernen wir auch mal. Ich sehe zwar hier auf den ersten Blick keine großartigen, aber schadet nichts, wenn dieser Reiter eingeschaltet ist. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen nachschärfen. Schärfen schadet nie. Ihr wisst, mit der Schärfe ein bisschen hoch. Ich denke mal so. Ich gehe noch mal hier in die Details. Bei 100% Schärfen macht Sinn. Dann mit dem Maskieren und der gedrückten Alt-Taste die Bereiche ausmaskieren, die wir geschärft haben wollen. Ja, so weit, so gut. Bild fürs erste Mal entwickelt, würde ich sagen. Ja, ist noch ein bisschen langweilig. Könnte man jetzt auch einfach als normale Entwicklung machen. Aber vielleicht wollen wir noch eine Teiltonung reinhaben. Also die Lichter hier mal ins Grüne ziehen. Die Schatten vielleicht hier ins Rötliche. Also ein bisschen eine Cross-Entwicklung. Ja, lass mal schauen. Irgendwas Abgefahrenes. Ja, so finde ich es ganz cool. Mal schauen, was wir mit den Lichtern noch anstellen können. Vielleicht doch ins Rötliche noch mehr. Das sind zwei Komplementärfarben. Das kommt ganz lustig. Ja, und jetzt haben wir unseren Gaul Cross entwickelt. So einmal dahingestellt, ob es schön ist. Aber wir sagen jetzt mal, ja, vielleicht so eher. Wir sagen jetzt mal, das gefällt uns. Was haben wir noch? Details, noch eine Vignette drauf. Entschuldigung, unter den Effekten finden wir die Vignette. Vignette drauf. So, oh, die wird uns aber jetzt verfärbt. Also Vignette nehme ich mal wieder raus. Das wird uns zu viel. Gaul Grün, Himmel Rosa. Das gefällt uns jetzt wie Bolle. Und wir möchten das auch später auf andere Bilder anwenden. Wie machen wir das? Wir erstellen uns eine Vorgabe. Hier im linken Bereich Reiter Vorgaben einmal auf das Plus. Und ja, dann haben wir hier ein Auswahlfenster, wo wir auswählen können, was wir alles aus unseren Entwicklungseinstellungen in die Vorgabe reingeschrieben haben wollen. Und ihr sagt, okay, wir wählen mal alles aus. Also, wenn wir auf die Vorgabe gehen, dann soll das Bild genauso werden. Und wir speichern uns das mal und nennen das furchtbarer Cross-Effekt. Weil schön ist es nicht. Aber wir wollen ja auch nichts Schönes machen heute. Wir wollen, schreibt man jetzt Effekt mit C oder mit K. Wir sind in Deutschland mit K. Wir wollen ja auch nichts Schönes machen, sondern ich will euch zeigen, wie man eine Vorgabe speichert. Genau das machen wir. Wir müssen uns noch einen Ordner auswählen. Ich habe hier einige Ordner schon angelegt. Ihr könnt auch einen neuen Ordner anlegen. Aber hier gibt es einen Ordner, der heißt Tutorial-Vorgaben. Da speichere ich das Ganze jetzt mal rein und ich sage erstellen. Prima. Vorgabe erstellt. Hier gibt es noch eine zweite drin. Die habe ich vorher, als ich das Video mal ausprobiert habe, gemacht. Die lösche ich hier einfach raus. Rechte Maustaste. Vorgabe gelöscht. Also in meinem Ordner Tutorial-Vorgaben ist jetzt der furchtbare Cross-Effekt. Nehmen wir mal ein anderes Bild und wenden diese Vorgabe einfach mal an. Ihr seht auch normalerweise hier oben im Vorschaufenster, im Navigator, wie sich die Vorgabe auswirkt. Und das seht ihr jetzt auch schön. Und wenn wir jetzt auf den Cross-Effekt gehen, dann ist auch dieser Gaul, beziehungsweise ist ja der gleiche, aber dieses Bild mit dem Gaul grün und ja, nennen wir es mal lila himmelig eingefärbt. Ihr seht also, wir haben jetzt eine Vorgabe erstellt und auch Monate später könnt ihr noch hingehen und könnt das auf andere Bilder anwenden. Einmal der Kölner Dom. Ihr sagt, puh, mein furchtbarer Cross-Effekt, das ist mein neuer Stil. Den nehme ich jetzt mal, wende ich mal an. Ihr könnt selbstverständlich, wenn ihr eine solche Vorgabe angewendet habt, jederzeit noch in die Einstellungen gehen und diese ändern. Also hier ist mit Sicherheit das Bild etwas unterbelichtet. Also die Belichtung fahre ich jetzt hier mal wieder etwas rauf. Das Weiß ist okay, aber die Tiefen würde ich jetzt auch nochmal raufziehen. Das bringt deutlich mehr Zeichnung hier in den Dom. Also ihr habt jederzeit die Möglichkeit, nach Anwenden einer Vorgabe, das Ganze hier noch komplett auf den Kopf zu stellen, sprich nachzuentwickeln. Aber eine Vorgabe, und das seht ihr jetzt hier, ist immer eine gute Basis, ein guter Ausgangspunkt. Ja, wie ist es jetzt, wenn ich eine andere Vorgabe anwende? Wir haben ja hier schon Vorgaben, die uns Lightroom zur Verfügung stellt. Gehen wir mal hier in die Effektvorgaben. Da haben wir abgerundete Ecken, wir haben Körnung, wir haben dann darunter noch Farbvorgaben und da haben wir Cross-Entwicklungen. Schaut mal, die Lightroom-Cross-Entwicklung 1, die ist gar nicht so anders als meine. Ja, sie ist schon ein bisschen anders, aber auch nicht viel schöner. Cross-Entwicklung 2, Cross-Entwicklung 3. Und ihr habt hier dann immer die Möglichkeit, eine Grundentwicklung zu machen und diese später zu verändern. Ihr habt auch gesehen, dass die komplette Vorgabe hier, die ich vorher gemacht habe, überschrieben wurde. Das liegt daran, dass auch bei dem Erstellen der Cross-Entwicklung 3, der Vorlage Cross-Entwicklung 3, beim Vorlagenerstellen, ich mache das nochmal, hier alles eingeschaltet war. Das bedeutet, wenn die Vorgabe angewendet wird, werden alle diese Werte auch mit den Werten der jeweiligen Vorgabe überschrieben. Also, wenn ich jetzt hier nochmal auf meinen furchtbaren Cross-Effekt gehe, zack, einmal alles überschrieben. Das kann auch anders laufen. Wir haben hier vorne schon die Effektvorgaben gesehen und wenn ich jetzt hier mal auf die abgerundete Ecke in schwarz gehe, dann bleibt meine Entwicklung erhalten, aber trotzdem wird die Vorgabe angewendet, nämlich hier abgerundete schwarze Ecken zu machen. Warum ist das so? Nun, wenn ich mal schaue, was Lightroom jetzt geändert hat, dann wird es wahrscheinlich in den Effekten sein und da seht ihr schon, hier sieht es ein bisschen anders aus als vorher. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, das mache ich mit STRG Z. Damit ist die Vorgabe wieder weg. Ihr seht, dass hier bei meiner Vorgabe der schrecklichen Cross-Entwicklung alle Regler auf Null waren und wenn ich jetzt hier auf die abgerundeten Ecken in schwarz gehe, dann werden diese Regler entsprechend eingestellt, aber alle anderen Regler hier eben nicht. Wie kann man das erreichen? Nun, wir können ja mal sagen, dass die Rundheit hier so sein soll. Ja, also wir verändern jetzt hier die Vorgabe, sagen dann neue Vorlage erstellen und nennen die mal abgerundete Ecken schwarz groß. Das ist unsere neue Vorgabe. Würde ich jetzt hier alle Hackschen gesetzt lassen, dann wären nicht nur die abgerundeten Ecken in meiner Vorlage enthalten, sondern auch meine schreckliche Cross-Entwicklung. Deshalb müssen wir jetzt darauf achten, dass wir zunächst mal nichts auswählen und uns nur auf die Vignettierung konzentrieren, also nur diese einschalten. Die Prozessversion übrigens, die muss immer angekreuzt sein. Die Prozessversion ist entscheidend dafür, wie euer Bild entwickelt wird. Sprich, wir arbeiten ja hier mit der neuesten Prozessversion, die wir auch in den Kamerakalibrierungen festlegen können. Also, das ist der einzige Haken, der immer angeschaltet sein muss. Und in dem Fall hier haben wir uns ja jetzt um die Vignette gekümmert und deshalb schalten wir auch nur die Vignette an. Ich speichere das nochmal im Ordner Tutorial-Vorgabe, sage erstellen und gehe zunächst nochmal auf meinen furchtbaren Cross-Effekt. Ihr erinnert euch, da haben wir alle Häkchen gesetzt, also auch den Haken für die Vignette. Wenn ich da raufgehe, ist die Vignette wieder weg. Warum? In der Vorlage war keine Vignette vorgesehen, wir haben aber trotzdem den Haken gesetzt. Ja, wende mir bitte auch die Vorlage auf die Vignette an und deshalb ist die Vignette weg. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert und ein bisschen verständlich. Bei der Vorlage abgerundete Ecken schwarz-groß, da haben wir nur den Haken bei Wende es bitte auf die Vignette angesetzt. Also, wenn ich jetzt hier auf die abgerundete Ecken schwarz-groß gehe, richtig, dann wendet uns Lightroom jetzt nur die Vorlage auf die Vignette an und auf nichts anderes. Ja, wie kann man jetzt sinnvoll mit Vorlagen arbeiten? Nun, ich selbst bin dabei, mir eigene Vorlagen zu erstellen. Ich arbeite persönlich überhaupt nicht viel mit Vorlagen, aber es gibt so ein paar trickreiche Vorlagen, die euch helfen, euren Workflow zu verbessern. Denn es kann ja sein, dass ihr hier auf der rechten Seite bei der Entwicklung immer wieder dieselben Schritte macht. Immer wieder dieselben Schritte. Ich setze das Bild nochmal komplett zurück. Bleiben wir mal bei dem Bild. Also, ihr geht als erstes hin und sagt, ich schaue mir mal in der Kamerakalibrierung an, ob ich mit diesem Bild hier, mit der Kalibrierung von Adobe Standard arbeiten will oder will ich nicht vielleicht mit der Kalibrierung von Kamera Landscape arbeiten, weil mir da die Farben besser rüberkommen. Oder will ich nicht vielleicht mit Vivid arbeiten? Das hat jetzt keine Auswirkung, was mich wundert. Ja, weil ich da ein anderes Objektiv drauf habe. Ich muss einmal gerade schauen. Ich muss die Objektivkorrekturen anschalten. Schauen wir mal. Objektiv stimmt. Kamera hat er auch erkannt. Aber er erkennt irgendwie nicht meine Kameraprofile. Das finde ich jetzt gerade ganz komisch. Das erkennt er. Aber warum erkennt er meine anderen Kameraprofile nicht? Finde ich gerade ganz seltsam. Landscape. So. Hier oben das Landscape. Doch, er tut es. Es hat nur nicht so viele Auswirkungen. Also, das Erste, was ich mache, ist immer in die Kameraprofile schauen. Und schon mal schauen, ob die Kameraprofile mir nicht schon mal so eine gewisse Grundentwicklung bringen. Ich kann natürlich auch hingehen. Ich setze das Bild nochmal zurück. Und kann sagen, ich kann die hier alle durchprobieren. Ja, also als erstes Mal Kamera Clear. Ja, jetzt sehen wir auch die Auswirkungen. Kamera Deep. Und dann, oh ne, das ist auch nichts. Landscape. Ja, das sieht ganz gut aus. Hebt mir die Farben an. Light. Hebt mir die Tiefen nochmal an. Auch sehr gut in diesem Fall. Neutral. Hm, ein bisschen Fahrt. Also, ich könnte das jetzt hier alles durchgehen. Ich setze das wieder zurück. Ich könnte mir das aber auch als Vorgabe speichern. Also, ich kann hingehen und kann sagen, das Erste, was wir mal machen, ist Standard. So, dann gehe ich auf neue Vorgabe. Sage nichts auswählen. Wir haben in dem Fall nur die Kamerakalibrierung. Ja, die müssen wir ankreuzen. Und nenne das ganze Ding jetzt Kamerakalibrierung Standard. Das habe ich hier schon gemacht. Ich breche mal ab. Standard finden wir hier. Und dann haben wir das eben unter dem Ordner Kameraprofile gespeichert. Das gleiche habe ich dann auch mit Clear Deep, Landscape, Light, Neutral und so weiter gemacht. Und der Vorteil ist jetzt, dass ich mir hier nicht einzeln die Sachen raussuchen muss und schauen muss, wie wirkt sich das auf mein Bild aus. Sondern ich kann hier einfach mit der Maus über die hinterlegten Vorgaben drüber fahren. Und oben im Navigator sehe ich, wie es sich auswirkt. Also, Kamera Clear. Da sehe ich schon, oh, da matscht mir einiges zu. Hier Deep. Das sieht gar nicht schlecht aus. Landscape. Ja, sehr übersättigt. Light, oh, das holt mir noch einiges hier aus den Tiefen raus. Nehmen wir doch Light. Das nächste, was ich mache, ist ein Weißabgleich. Ist immer das zweite, was ich mache. Gehe ich in die Grundeinstellungen und schaue mal, stimmt der Weißabgleich. Jetzt ist es so, dass bei solchen Kirchenaufnahmen hier der Weißabgleich sehr subjektiv ist. Ich habe hier wenig graue Fläche. Da könnte ich jetzt den Weißabgleich machen, indem ich vielleicht mal hier auf das Dach gehe. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu gelblich. Meistens mache ich den dann auch hier irgendwie mit den Reglern sehr subjektiv und schaue mir an, wie sieht es ganz gut aus. Aber es gibt ja auch Weißabgleich Vorlagen hier unter diesem Reiter. Und auch da kann ich ja auswählen, vielleicht funktioniert ja bewölkt oder vielleicht funktioniert ja Tageslicht. Und all diese Sachen habe ich mir hier wieder hinterlegt als Vorlage mit dem Vorteil, dass ich mir das hier oben schon mal in meinem Navigator anschauen kann. Ja, also ich kann sagen, oh, das sieht gut aus. Automatisch bringt mir das Ganze sehr viel wärmer. Tageslicht, ja, haut hin, denke ich mal. Bewölkt, macht es wieder etwas wärmer, aber nicht zu sehr. Und habe also so die Möglichkeit, mir schon mal so eine Grundstimmung reinzuziehen. Also Wolfram, Lampenlicht, sieht eher künstlich aus, passt nicht. Und somit habe ich die Möglichkeit, ja, wie schon gesagt, mir sehr schnell hier schon mal eine Grundsituation zu holen und muss nicht unbedingt mich hier durch die verschiedenen Reiterquellen. Ich bin dabei immer hingegangen und habe dann nur das Häkchen bei den jeweiligen Einstellungen gesetzt. Das hat den Vorteil, dass mein Kameraprofil, was ich hier vorher angewendet habe, immer noch angewendet ist. Und das hat den Vorteil, wenn ich jetzt hier mich für einen Weißabgleich entschieden habe, nehmen wir mal den, ich immer noch das Kameraprofil ändern kann. Denn die Vorlage kameraneutral wirkt sich nur hier unten auf die Kamerakalibrierung aus. Machen wir das zum Schluss nochmal bei einem praktischen Beispiel fest. Es ist so, dass ich mit zwei Objektiven hier in Köln unterwegs war. Das erste Objektiv, das ist ein Sony-Kit-Objektiv. Und wenn ich hier die Profilkorrekturen mal aktiviere, dann wird das auch gleich erkannt. In den Grundeinstellungen zu den Objektivkorrekturen würde ich auch gleich mal die chromatischen Apparationen entfernen. Und das Ganze möchte ich mir jetzt hier als neue Vorlage speichern. Wie mache ich das? Ich gehe hier auf das Plus, sage neue Vorgabe speichern und nenne das Ganze mal 3.1. Denn das ist das dritte, was ich mache. Und sage, das ist das Objektiv oder ich nenne es nur Sony 28 bis 70 mm. Was ist es? Jetzt müsste ich nachgucken. Ich glaube, es ist ein 4.0 bis 5.6. Und sage, nein, die Effekte, die soll es nicht betreffen. Die Prozessversion bleibt immer eingeschaltet und wir wollen die Objektivkorrekturen und die chromatischen Apparationen. Jawohl, passt. Erstellen aber in einem anderen Ordner. Ich sage jetzt neuer Ordner. Das wäre der Ordner 0.3. Die 0.3 schreibe ich deshalb, damit es hier in der Reihenfolge von oben erscheint. Und sage Objektivkorrekturen. So, schwieriges Wort. Erstellen, erstellen. Und wir haben hier einen dritten Ordner, der hier schön in der Reihenfolge erscheint, da wir hier vorne mit Zahlen arbeiten. Und hier werden mir die Objektivkorrekturen für das Sony 28 bis 70 angewendet. Jetzt können wir nochmal gerade schauen, ob der Rest auch stimmt. 3,5 bis 5,6. Also, nicht 4,0. Können wir umbenennen. Rechte Maustaste umbenennen. 3,5. Da sagt doch einer, das Ding wäre schlecht. Also ein bisschen mehr Offenblende haben wir. 28 bis 17 stimmt. Dann schreiben wir hier auch noch FE hin. Ich weiß gar nicht, wofür es steht. Aber so haben wir es auch in Lightroom. So, jetzt gibt es andere Bilder, wie dieses Reiterdenkmal hier, die Reiterstartuhr. Das habe ich mit einem Sigma 70 bis 300 gemacht. Und wenn ich jetzt hier mal die Profilkorrektur aktiviere, dann findet er das Profil nicht. Macht aber nichts, denn das Profil ist hinterlegt. Ich gehe jetzt hier einmal auf Sigma, muss jetzt noch das richtige Profil für das richtige Objektiv auswählen. Hier unten haben wir es 70 bis 300 Millimeter, 4 bis 5,6 DG Makro. Und ja, meine Profilkorrektur auf das Objektiv ist angewendet. Neue Vorgabe. Das nennen wir jetzt Sigma 70 bis 300 Millimeter. Was haben wir gesagt? F4 bis 5,6 DG Makro. So, das soll sich wieder auch nur auf die Objektivkorrektur anwenden und auf die chromatische Apparation erstellen. Jetzt haben wir unter den Objektivkorrekturen zwei Objektive hinterlegt. Hier gebe ich noch gerade die 3.2 vor. So, dann hat das auch die richtige Reihenfolge. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn mir das Objektiv hier nicht gefunden wird, wie es ja bei meinem Sigma der Fall ist. Das liegt daran, dass es über einen Adapter angebunden ist. Ich nicht erst hingehen muss. Ich setze das Bild nochmal zurück. Muss die Profilkorrekturen aktivieren. Muss hier die Sigma raussuchen. Muss dann das passende Objektiv raussuchen. Das kostet alles Zeit. Mache ich sowieso. So, ja, das ist etwas, das mache ich pauschal auf den Bildern. Sondern ich setze nochmal zurück. Ich gehe hier einfach auf meine Vorgabe. Objektivkorrektur Sigma bis 70 bis 300. Und alles stimmt so, wie es sein soll. Also, ich nutze Vorgaben sehr bezogen auf einzelne Einstellungen. In einer gewissen Reihenfolge, in der ich sowieso arbeite. Und jetzt bin ich natürlich ganz schnell. Ich setze das Bild hier mit dem Reiter Denkmal nochmal zurück. Ich gehe hier einfach lang, anstatt mich hier durch die Einstellungen zu wursteln. Ich setze erstmal das Kameraprofil. Kann hier im Vorschaufenster sehen. Okay, Kamera Clear. Sieht gut aus. Das sieht ein bisschen Fahrt aus. Hier haben wir ein bisschen mehr Farbe. Ich denke mal, entweder Vivid haut gut hin oder Clear. Ja, Clear haut mir ein bisschen, vermatscht mir ein bisschen hier die dunklen Bereiche. Nehmen wir Vivid. Alles klar. Als nächstes der Weißabgleich. Schauen wir mal, wie Aufnahme. Das haben wir schon. Automatisch. Können wir ja mal probieren. Oh, bringt mir ein bisschen mehr Wärme rein. Tageslicht. Tageslicht sieht besser aus. Passt. Ja. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich immer noch nachkorrigieren. Ich habe jetzt hier schon mal eine Grundrichtung. Und wenn ich sage, das muss noch ein bisschen blauer werden, dann schiebe ich den Regler einfach noch ein bisschen rüber. Als nächstes müssen wir die Objektivkorrekturen einschalten. Ich weiß, das hier ist kein Sony. Das ist ein Sigma gewesen. Also einmal drauf gehen und die Objektivkorrekturen werden angewendet. Haben jetzt hier nicht viel Auswirkung. Ja, und so werde ich mir hier Schritt für Schritt die Dinge schon mal als Vorgabe speichern, die ich sowieso anwende. Und habe damit den Vorteil, hier partiell mir nach und nach meine Entwicklungen zurechtzubauen. Das halte ich für sinnvoller, als mit pauschalen Vorgaben zu arbeiten. Aber das ist auch Geschmackssache. Vielleicht sagt ihr, ach, guck mal, hier Lightroom bietet mir doch hervorragende Schwarz-Weiß-Vorgaben. Ich finde Antik super, also wird das Ding schon mal pauschal Antik entwickelt. Oder ich habe hier nochmal eine Schwarz-Weiß-Vorgabe mit Teiltonung. Sieht gut aus. Und so entwickle ich jetzt alle meine Bilder. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt selbstverständlich auch komplette Presets hinterlegen, die sich auf alles auswirken. Wie zum Beispiel unser furchtbarer Cross-Effekt. Ja, ich gewöhne mich langsam dran. Der rosa Himmel ist vielleicht ein bisschen... Übrigens, ganz am Schluss noch, wo ich den rosa Himmel jetzt sehe, geht doch mal hin. Wir haben das in den Teiltonung gemacht. Und wir nehmen jetzt mal den rosa Himmel und werden den so färben. Dann könnt ihr euer Preset, eure Vorgabe auch aktualisieren. Hätte ich fast vergessen. Ganz wichtig. Ihr habt hier euren furchtbaren Cross-Effekt. Rechte Maustaste. Und sagt mit den aktuellen Einstellungen aktualisieren. So, jetzt fragt euch Lightroom, was soll alles aktualisiert werden? Wir sagen in dem Fall alles. Wir hatten ja auch vorher alles. Sagen aktualisieren. Und unser furchtbarer Cross-Effekt ist jetzt nicht mehr ganz so furchtbar. Umbenennen könnt ihr auch. Also wir machen jetzt mal aus dem furchtbaren ein, naja, Cross-Effekt. Ja, ich glaube und hoffe euch eine Menge über die Vorgaben gesagt zu haben. Spielt mal mit den Vorgaben rum, die es hier in Lightroom gibt. Schaut mal im Internet. Es gibt jede Menge Lightroom-Vorgaben auch zum Herunterladen und zum Installieren. Es gibt auch Vorlagen zu kaufen, die auch teilweise sehr gut sind, wo man sehr schön drauf aufbauen kann. Ja, oder entwickelt euch einfach eure eigenen Vorlagen. Geht hin, entwickelt euer Bild. Und wenn ihr sagt, wow, das ist jetzt so ein knaller Look, ja, den möchte ich auf verschiedenen Bildern anwenden. Ihr macht Porträtfotografie und wollt immer so einen High-Key-Look haben, dann macht euch eine Vorgabe High-Key. Entwickelt euch euer erstes Bild, macht euch eine Vorlage oder eine Vorgabe, speichert die ab und baut bei den anderen Bildern auf dieser Vorlage auf. Oder macht es so wie ich. Wenn ihr so drauf seid, macht euch das Leben ein bisschen bequemer. Zum Beispiel nutzt hier verschiedene Einstellungen als Preset. Und ja, so habe ich die Möglichkeit schon mal, mich hier nach und nach durchzukämpfen und muss es nicht unbedingt hier über die Einstellungen auf der rechten Seite machen. Wie ihr arbeitet, das sei euch überlassen. Wenn ihr noch Vorschläge habt, wenn ihr anders arbeitet, wenn ihr was Gutes beizutragen habt, dann postet es mir unter das Video. Ich freue mich über jeden Beitrag. Wenn dieses Video schon wieder zu lang und zu umfangreich war, ich weiß, ich schwätze ja immer so viel, dann schimpft mit mir, schreibt mir das auch unter das Video und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ich freue mich und damit sind wir auch weitgehend mit dem Entwickeln-Modul durch. Ich werde noch ein kleines Video über virtuelle Kopien machen. Darüber gibt es aber schon ein Video in den Lightroom Tipps und Tricks. Und ja, dann gibt es weiter. Dann haben wir noch die Karte, das Buch, die Diashow, das Drucken und das Web. Aber ich werde euch immer wieder mal einen Tipp und einen Trick gerade hier zum Entwickeln von Bildern in Lightroom fertig machen. Werde das aber dann nicht mehr in der Reihe Lightroom von A bis Z machen, sondern eben in der Reihe Lightroom Tipps und Tricks. Und ja, so wird es auch nicht langweilig und wir bleiben am Ball. Und ja, so wird es auch nicht langweilig und wir bleiben am Ball.